Ich sehe einzelne Bilder ist ja schön Soll ich dir das beschreiben? Hinter dir Beschreib dir mal hinter dir Achso sie hängt auch irgendwo fest oder wie? Oder sie cheatet Weil die AI kommt damit nicht klar wo sie gerade ist Jetzt? Ne wird aufgeladen haben in Ruhe Hm naja gut Das Ding war auch cool Oh jetzt wär's Hat's ja Glück gehabt dass es noch rechtzeitig geschafft hat Wo die Giftrad die ihr das Unangenehm macht Hm Er hat einen roten Stab Ja Und jetzt wird äh Ja Ja Mach's gut Stark Stark Ja Nimm den Grimm mit Das ist kein Problem Hm nice 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 Schönes Feuerchen Hm Müssen wir doch länger leiden Haha so wie es alles sieht Ja hier ist bloß kein Darling Alle tot Easy Easy ne Haha Sind wir alle da unten? Ja Ok cool So Ja Und jetzt äh Leet Leetsch Ne Gibt's kein Toll Ne Kein Leetsch Haha Keine Gerechtigkeit Ohhhh Bist du traurig Hm Ich bin froh dass wir mal leben Sooo traurig Könnt ich sagen Wenn das nicht diese Map wär Haha Hm Naja Keine Wohr Keine Sackrate Man sieht hier wie er nicht Nö Aber auf jeden Fall keine Sackrate Warte Dam 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 Je doch nicht Verdammt Oder Nase weggediebt Na da klopft da sich an den Kopf Haha Ah, da oben ist ein Trank für mich, ich glaube. Meins, 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 meins. Ich hab dir mal den Mund nicht weggenommen, ne? Ich hab nie gesehen, dass du... raus. Und ein Halt dran. Ich glaube, gleich noch ein Rothelm. Ups. Der hängt da bissl in der Wand fest. Und wieder, das gibt's da nicht. Und weg ist er. Assassin. Ich bin von euch okay. Was? Wo kommt denn er her? Ja. Ach, Mann. Na, ist schon tot. Nice. Ich glaube, die Elfe kann den One-Shotten. Hoch. Ist doch schön, wenn das so ruckelt. Und man ganz genau weiß, der CPU kann das nicht sein. Ja. Hier lacht das Spiel ja aus. Naja. So ist es nur ohne. Ja, ich nehme den nebenbei auf. Na gut, das stimmt. Hä, 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 hä. Weil wir müssen ja fast gleich... gleich gute CPUs haben. Runter. Und rein ins Getümmel. Oh, grad. Assassin. Hm. Keiner weiß wo. Habe ich schon wieder so. Jawohl. Wir kriegen verdammt gute Mitspieler dieses Mal. Hm. Ich muss öfter Sonntag spielen, hab ich das Gefühl. Ja. Siehst du ja auch rein, Kleiner. Gears Warrior. Hat nis gebracht. Der Drank liegt da immer noch. Na so. Die Elfe hat auch genommen. Hatten sich auch verdoppelt. Na super. Hm, 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 hm. Kommt ne Horde. Hm. Schießen wir von hier oben so ein bisschen mit. Oh, ne. Hier kommen wir hier zu mir gerade. Na gut, da komme ich halt nicht zu euch. Damit ihr nicht so allein seid hier, ne. Weil ich weiß ja, du fühlst dich immer so schnell allein gelassen, ne. Ja, ja. Vor allem mit dem Ruckeln gerade. Achso, na ja. Stimmt, stimmt. Hast du wieder einen Brosser offen, oder was? Nö, ich hatte ihn kurz offen und das hat wahrscheinlich... Dem, dem, dem. Aber Zeit für 8, ne. Äh, für 16. Nicht mehr mit 8 hier. Wobei... Äh, 8 GB reichen nimmer. Naja, musst du sehen, wie alt sind denn die 8 GB? Die sind, äh, 5 Jahre alt. Naja, dann geht's. Kannst ja einfach nochmal 8 da dazuschmeißen. Und das ist ja auch wieder gut. Ja, wie gesagt, wenn da... Wenn, dann werden sie komplett ersetzt. Wir werden keine halben Sachen gemacht. Haha, okay. Okay. Man, man merkt ja, wie, wie gut man die 8 benutzen kann hier. Ja, ich hab... Bild und Ton ruckelt. Schaden kommt einfach später. Naja, sei froh. Bisschen die Gleit tot. Ah ja, ich zieh mir gleich nochmal hin rein, ja. Nein, 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 nein. Wo ist denn der Sorserer? Keine Ahnung. Warum wurde ich jetzt hier reingezaugt? Ja, ihr zu nah dran seid. Naja, ich war nach meiner Variante, war ich hier noch 5 km entfernt. Äh, sie hat sie ins Wasser geschmissen. Jetzt kommt eine Horde dazu. Ah, er ist down. Schön, ich hab drei Tränke hintereinander getrunken jetzt gerade. Drei Tränke. Nö. Äh, zwei. Und hab noch, immer noch einen. Hey, nein. Ah, ich häng fest. Verdammt. Was ist hier? Kann ich springen? Das ist doch Unsinn. Ja, danke. Schubst mich weg. Ja. Dankeschön. Nein, er will mich. Nein, geh weg. Ich bin empfindsam. Oh, Mann. Oh, Mann. Uhuhu. 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 Ich bin in der Sackgasse, glaube ich. Nee, kannst du ja immer rumlaufen. Ja. Muss doch gleich mal liegen hier wieder. Ja. Gott, wir machen dem keinen Schaden. Nied schon wieder. Der will eh mich gerade angreifen. Jetzt ist er gleich hinüber. Gott sei Dank. Boah. Boah, boah. Gut. Das war intensiv. Ja, das war nett. Vor allem, wenn es bei mir ruckelt, ich kann ja nichts machen. Ich sehe, wie der Kotz will ausweichen, aber nichts reagiert. Gut, dass wir davon nichts mitkriegen, weil du bist ja der Horst. Na, weil es da auch nicht bei mir ruckelt. Ja, ich hätte ja gedacht, dann müssten wir das auch merken. Müsste es bei uns genauso hängen. Aber nicht ganz. Wahrscheinlich die Lag Compensation macht es ganz gut. Ja, nimm auf. Ich würde dir ja gerne geben, aber. Ich bringe mich einfach gleich um hier beim nächsten. Jotin. Solche Egoisten hier. Oh, so da. Hier ist ein Haltzeug. Jo. Oh, Gott sei Dank. Ich habe sie nur angepingt, extra deswegen. Ja, du da. Fall mal um. Oh, hier Puppel. Sehr gut. Nächste Horde. Verdammt. Wieder ein Souser. Ich wollte den eigentlich erwischen, aber der Souserer war direkt dahinter. Der war so leicht rechts daneben, da habe ich den erst mal getroffen. Ich habe den Souserer nicht immer gesehen. Ja, der war hier dahinter, hinter der Feuerratte hier hinten, die ich angepingt habe. So, endlich mal einen Drang verbraucht. Jetzt wird es da wieder knackig. Den, den, den Drang konnte ich dreimal benutzen. Sehr gut. Hier ist Heizzeug. Ihr habt alles geklappt. Sehr gut. Mehr kann man denn mitnehmen. Das wird jetzt wüsstig. Hm, hm. Okay, nice. Sehr gut. Das lief gut. Hm. Geliecht. Ja, habe ich. Okay. Hier ist noch ein Haltrang. Vorsicht, Sturm. Bleib stehen. Dankeschön. War da noch eins? Nicht mehr. Ja, natürlich. Ah, nice. Mit der Augenbrust. Hm, hm, ja. Ja. Ich habe ihn dir weichgekloppt vorher, meinen Skill drauf gemacht hatte, aber den kriegt nicht ready, deswegen hat es ihn nicht umgehauen. Lappen. Lappen. Deswegen habe ich mir zwei Kugeln. Lappen. Ja, ich habe auch zwei Kugeln. Nützt nichts. Oh, Legendär. Oh. Da, 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 da. Ich sehe einzelne Bilder. Ist ja schön. Haha. Soll ich dir das beschreiben? Hinter dir. Ja. Ich kann nicht walken. Beschreib dir mal hinter dir. Ich kann ja mal... Ich habe sogar was getroffen. Die kommen ja Gott sei Dank nicht so schnell auf mich zu. Von hinten auch? Äh, von vorne. Andere hinten. Jetzt wieder so ein Sturm, Heinz. Und ein Assassin. Naja, ich wollte eigentlich den Stränkler erwischen auch, ne? Naja, vom Assassin gleich rüber zum Stränkler. Ja. Oh, verdammt, eine hohe, eine. Könnte ich nicht machen, hinter mir, vor mir, neben mir. Ich hatte nur eine Stärke dran. Naja. Oh, nice. Geschafft. Mit nur minimalen Verlusten. Also quasi kleine Verluste. Ja. Ah, hier ist ein Heizzeug. Nützt mir nicht. Hey, hau mich nicht. Ich bin hier finsam. Und da war... Was heult sie denn so rum? Sie ist doch noch voll. Ach, hier, ich hab das Heizzeug auch noch verdoppelt. Nice. Ich dachte, ich hätte gerade in der Giftrat oder so gehört. Ja, hat's umgenietet. Achso, okay. Hab ich ohne mitgekriegt, oben rechts. Oh, er hat sich selbst hochgejagt. Ah, na gut. Ja, sicher. Aus dem Nichts. Da ist wieder Schaden. Einer. Also, Orbitzspeicher ist bei 75% Auslastung. Okay. 77. 78. Ach, mach doch ein Grit. Danke. Ach, das ist Wokokiner. Egal. Ja, und der CPU, der Eier hat so bei 60% mal rum. Ja, ist er bei mir auch so ungefähr. Hm. Oh, der Orbitzspeicher ist halt am Abkürzen. Ja. Interessant, dass er bei dir so am Abkürzen ist, weil ich bin bloß bei 6,5, die belegt sind. Wo denn? Nee. Gigabyte. Hm. Also, so 80% sind das. Was sind 6,5 von 8? Naja, das sind so 80%, glaube ich. Hm. Mein Drawf. Ja, rätet eurem Zwerg. Nee, den Magier. Den Magier. Ne, den müssen wir sowieso retten. Ja, eben. Hier, soll ich mir mal das Fass für dich anmachen? Kannst du dich dann explodieren, wenn du neben dem stehst. Ah-ha. Pick and Peaks. Hier könnt ihr euch nochmal ausrüsten. Die Elfe. Hat sie beim Heilen nochmal ordentlich Schaden gekriegt, damit sich das Heilen nur lohnt. Ja, auf zum Endboss. Hm. Hier gibt's auch eine Herausforderung, und zwar, dass, ähm, dass du den Todesrassler und Reskin innerhalb von 20 Sekunden umbringst. Also, dass die gleichzeitig sterben, relativ. Hm. Aber ich schätze mal, das werden wir nicht machen. Das werden wir nicht hinkriegen, ne?